Der Autor. Der Autor. Der Autor. Ja, da lief er es nicht so gut. 287. Der Autor. 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 Die Autor. Das was die Autor. Ich glaube, dass er knapp ist. Nein. 272 mit Frontantrieb. Das geht mal klar. Ja, jetzt wird seine Startfenster beschließen. Das klingt dann abgebrochen. Ja, zwei Inflöße hat sich keinmal links. Der LVF mit 216 durchs Ziel immer noch... Ja, ein bisschen ärgern. Wir haben uns so lieb. Wir müssen uns ein bisschen decken. Ja, Marcel fährt hier mit 231,21 kmh. Das Auto ist gemeldet in der Klasse 2. Ja, links 253, rechts 295,56 kmh. Und... ... Leid abgebrochen. Irgendwas wollt ihr da nicht mehr. Neu FF 1.200 mh. Ja, der Klaus hat hier verschiedene Stufen. Kannstet sich, sieht der Kaisler dran. Und jetzt auch noch ein bisschen mehr Radedruck freigeben. Ja, und da sieht man, 301. Er hat die 300 geknackt. 301 kmh im Porsche 997 Cabrio von Neun FF. Er ist schon so gut gegangen. Er ist schon mal eine Diem-ien-ie-ein-ie-i-i. Die ist schon mal f Agriculture. Er wüschung. Er wird schon mal einfach gens substitution. Gleiche Leistung in die Schranken. Brutales Ding, 258 kmh. Und er fährt hier mit 274,8.